WOOOOO! Wir haben jetzt heute den Sonntag, 12. Januar 2014. Wir haben jetzt 13.03 Uhr gleich. Wir haben im Hintergrund hier eine Website mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit laufen. Der Assistent ist hier und wir haben hier mal eine Auswahl an den Brunnen. Der für den Gewinner wird natürlich neu gebastelt, neu angemalt, aber so könnte es aussehen. Wir haben hier wieder einen Brunnen ohne irgendwas mit einem Gras-Base, einen Brunnen ohne irgendwas mit einem normalen Fels-Base. Dann der hier oder der hier oder so. Das Dach könnt ihr euch ja dann aussuchen, falls ihr eins mit Dach nehmt. So, wir haben parallel hier noch unsere Website, also YouTube auf, mit den ganzen Kommentaren. Und wir würfeln dann, Assistent, zeig mal die Würfel. Genau. Zwei 10-seitige Würfel. Gucken wir auch mal, ob da alles drauf ist. Die 8 ist drauf, die 0 wäre dann sozusagen die 10. 4, 6, 2, also das ist ein 10-seitiger. Und der andere zeigt mir den roten. Da ist auch die 0, das ist also auch ein 10-seitiger. Wir werden den grünen als 10er benutzen, weil Orks sind grün und den rot als einstelliger. So, jetzt nur mal zum Verständnis, das ist ein 5, dann gibt man den roten nochmal. Ne, lass den grün mal liegen. So, also wenn wir jetzt diese Zahl hier würfeln würden, wäre es die Eintrag 87. Dann scrollen wir einfach von hier einfach nach oben. Also hier Lemumbär ist die Nummer 1, dann geht es halt hoch. Natürlich, meine Kommentare werden nicht mitgezählt. Und dann würden wir bei 87 und der hätte dann gewonnen. Wenn jetzt hier eine 0 liegen würde und eine 7, dann wäre es natürlich die 7. Wenn die 2 0 liegen, ist es die 100. Aber so viele haben glaube ich nicht mitgemacht, es war knapp unter 100. So ist es die 28 und so weiter. Okay, sollen wir jetzt starten? Ja. Moment, wir gucken jetzt gerade nochmal auf die Zeit. Wir haben jetzt Sonntag, 12. Januar 2014 um 13.05 Uhr. Und der Assistent wird jetzt würfeln, mit beiden gleichzeitig. Und zwar los. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist die 1 und die 5. Ich lege die mal zusammen. Das ist also die 15. Also Grinner Nummer 15 hat gewonnen. So lassen wir mal liegen. Wir haben jetzt 13.05 Uhr 32. So und gehen jetzt mal auf die Website, auf YouTube und zählen jetzt mal ab. Also Lemumbar hat nicht gewonnen. Das ist die 1. Chaoskrieger 97 auch nicht. Das ist die 2. Samui Labs die 3. The Nirvan ist die 4. Abaddon der Vernichter ist die 5. Tobias Klingel ist die 6. Felix Vikuma ist die 7. Balion Legolas die 8. Nick Jürgens die 9. Rainer Stephan die 10. Dann Brave Mission die 11. 12 ist die Stormcare Cruise. Dann Brave Mission hatten wir schon. Dann 13 ist 40k and more. 14 ist das Heilige Toastbrot. Und der Gewinner ist Till Geske. Ich bin auch ein riesen Fan. Ich würde den Brunnen allerdings für ein kleines Dorf verwenden für meine Spielplatte. Frohes Neues. Dann würde ich jetzt mal sagen Till Geske. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen dieser Brunnen drin. Schreib mir am besten per E-Mail deine Adresse. Und meine E-Mail Adresse ist chefoberboss75.gmail.com Also einfach schreiben, Adresse schicken und dann bastle ich erstmal den Brunnen. Und dann schicke ich dir den zu. Natürlich Porto frei. Bezahle ich. Und ja. Ich hoffe du freust dich. Und es wäre cool wenn du mir dann einfach mal ein Bild von deinem Dorf mit dem Brunnen zuschicken würdest. Und das würde ich dann auf Facebook auch posten. Ja. Assistent. Sagst du noch irgendwas? Äh. Ich sage Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Ja. Das ist ja fast wie ein Geburtstag richtig. Also. Happy Birthday Till Geske. Du hast gewonnen. Und ja. Vielen Dank. Alle anderen. Super dass ihr so viel zahlreich mitgemacht habt. War echt cool. Es wird auf jeden Fall bald wieder ein Gewinnspiel geben. Das Feedback war einfach klasse. Und hier die Kommentare auch. Also da habt ihr euch richtig was einfallen lassen. Und das ist toll. Genau. Und das ist toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Und darum gibt es auch bald wieder ein neues Gewinnspiel. Und das ist auch toll. Und das wird auch toll. Genau. Also. Vielen Dank für eure Teilnahme. Und bis bald. Und das ist auch toll. Und das ist auch toll. Und das ist toll. Okay. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Whoa. Outro